Gewalt innerhalb einer Partnerschaft nimmt seit Jahren zu. 2016 wurden deutschlandweit über 130.000 Straftaten polizeilich erfasst. Auch Männer sind von Gewalt betroffen. Jeder Fünfte ist Opfer. Steig auf jetzt! Du hast gesagt, wir fahren zur Apotheke! Nein, raus! Nein, wir gehen jetzt da rein und du machst jetzt eine Anzeige. Du steigst sofort wieder ein und brichst ihn nach Hause! Was spinnst du eigentlich? Was soll das Theater hier? Das kann so nicht weitergehen, du machst jetzt eine Anzeige. Gar nichts, dann gehe ich eben zu Fuß, dann gehe ich zu Fuß nach Hause. Wenn du nicht fährst, ich weiß, wo der Weg ist. Lass mich in Ruhe! Dann was ist mir denn los? Du bleibst hier und wir gehen da jetzt rein. Ich habe hier nichts verloren! Der heftige Streit zwischen Vater und Tochter ist im Präsidium gehört worden. Kriminalkommissar Rocco Sturm und Kriminalhauptkommissar Norbert Meinert gehen dazwischen. Wir sind von der Kriminalpolizei, was geht's hier? Ja, ich weiß nicht, um was es geht. Ich möchte gerne, dass mein Vater eine Anzeige macht. Sie wird von seiner Freundin geschlagen. Sie möchten, dass der Vater eine Anzeige macht, weil er von einer Freundin geschlagen wird? Ja, ich meine, gucken Sie sich das Gesicht doch mal an! Also meine Herren, ganz ruhig meine Herren, das ist ganz einfach. Also meine Tochter ist immer sehr theatralisch, ja? Die kann aus der Mücke einen Elefanten machen. Ganz einfache Sache. Okay. Ich bin nämlich die Treppe runtergefallen. So, und was soll ich jetzt machen? Soll ich meine Dummheit oder die Treppe verklagen? Sie sind her? Also. Sie sind her? Bleiben Sie bitte hier. Wie heißen Sie? Maringer heiße ich. Peter Maringer. Maringer, ganz ehrlich, das nehme ich Ihnen nicht ab, dass das eine Treppe war. Also das vielleicht, aber das da sieht nie nach Treppenunfall aus. Leider ist es oft so, dass Geschädigte oder Opfer solcher Straftaten die Täter schützen, die Gewalttat selbst herunterspielen. Daher müssen wir jetzt hier ganz behutsam rangehen, um da weiteres rauszubekommen. Erzählen Sie mal, wie Sie darauf kommen, dass er von einer Frau geschlagen wird. Mein Vater, der hat seit zwei Monaten eine neue Freundin. Und ich freue mich auch wirklich für ihn. Das ist jetzt nicht so, dass ich ihm das nicht gönnen würde. Aber er hat sich seitdem total verändert. Er hat mich aus seinem Leben total ausgeschlossen und ja, ist total in sich gekehrt. Und seine Freundin, ja, die meidet mich total und ja, die ist so schroff. Und ja, heute war das beste Beispiel. Der wollte mich noch nicht mal in seine Wohnung lassen. Ja, und dann habe ich ja auch gesehen, warum. Und ich bin der fersenfesten Überzeugung, dass sie der Grund ist, warum er so aussieht. Also erstmal, Conny hat damit gar nichts zu tun. Und zweitens, wer hat was damit zu tun? Ja, ich wurde gestern überfallen und ausgeraubt. Sie wurden überfallen? Überfallen, wie du hast mir das nicht gesagt? In der Innenstadt. In der Innenstadt. Ja gut, dann sind wir jetzt aber wieder im Geschäft. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal in unser Büro und klären das oben. Ja? Raub ist Sache der Kripo. Die Beamten müssen jetzt ermitteln, auch wenn sich die Geschichte eher nach schnell erfundener Ausrede anhört, um von der häuslichen Gewalt abzulenken. Ja, gestern in der Innenstadt. Die haben mich komplett ausgenommen. Meine ganzen Karten, alles ist weg, bevor man die mal wiederkriegt. Wer hat das gemacht? Die ganzen Formulare und die ganzen Kosten. Wer hat das gemacht? Weiß ich nicht, das ging alles so schnell. Wieso hast du mir da noch nichts gesagt? Wo genau war das? In der Innenstadt. In der Innenstadt-Fußgängerzone? Nein, nicht in der Fußgängerzone, das ist an der Seitenstraße. In der Seitenstraße, was haben Sie da gemacht? Ja, ich war joggen. Sie waren joggen. In der Innenstadt, in der Seitenstraße, so joggen? Entschuldigung, aber mein Vater war im Leben noch nie joggen. Und dann hat man Ihnen die ganzen Karten abgenommen? Ja, weil er weg war, Kinderstheater. Was für Karten waren das denn? Ja, die ganzen Bammkarten und so. Alles auf dem Teutel. Haben Sie mal einen Ausweis da? So wie ich das wahrgenommen habe, ist die Tochter hier wirklich aufrichtig bemüht, ihren Vater zu schützen. Sie macht sich wirklich Sorgen. Sie macht für mich überhaupt einen ganz klaren Eindruck. Auch sehr empathisch und fürsorglich. Also so eine Tochter kann man sich im Grunde nur wünschen. Herr Maringer, haben Sie das Portemonnaie dann gestern auch dabei gehabt? Nein. Natürlich nicht. Weil da sind ja die ganzen Karten drin, die Sie so haben. Ja, alle, das sagt man immer alle. Machen Sie nochmal auf, bitte. Guck mal, da ist eine Bankkarte drin. Lassen Sie es mal bitte auf. Ich war ja joggen, weil ich war nicht alles mit. Ich hatte den Haustürschlüssel mit und meine Kontokarte. Aber eben haben Sie uns doch gerade gesagt, die ganzen Karten hat man Ihnen geklaut. Das sagt man einfach immer so in der Aufregung. Die Polizisten wissen, dass sich gerade männliche Opfer häuslicher Gewalt sehr schwer damit tun, die Misshandlung zuzugeben. Sie schämen sich, schwach zu sein und verschleiern die Situation. Herr Maringer, jetzt Karten auf den Tisch, wo der Balli-Fische? Conny hat damit gar nichts zu tun. Sie hat mich auch gar nicht, keiner angehört. Wer hat was damit zu tun, wenn es die Conny nicht ist? Sie hat einen Ex-Freund. Der ist unheimlich eifersüchtig. Und der ist sehr, sehr brutal. Und der rastet dann dauernd aus. Komplett rastet der aus. Und hat uns gestern vor Connys Wohnung aufgelockert. Und der hat Ihnen das zugefügt? Ja. Wie heißt denn der Kamerad? Wissen Sie nicht. Haben Sie das schon öfter gesehen? Haben Sie schon öfter Prügel von dem bezogen? Ja. Ja. Was hat man Ihnen denn angedroht, dass Sie so eingeschüchtert sind? Mensch Papa, das tut mir so leid. Wir können Ihnen helfen, aber Sie müssen uns auch ein bisschen mithelfen. Ich weiß nicht, was Sie fragen. Über die Freundin erfahren die Ermittler den Namen des angeblich gewalttätigen Ex-Freundes. Dieser ist tatsächlich schon aktenkundig. Das Opfer bleibt weiterhin dabei, dass seine Freundin unschuldig ist. Du, Maus, ich melde mich, sobald ich hier fertig bin. Aber dann wird noch einige Zeit dauern. Ja? Ja, Schatz, ja, Kuss, ja, alles klar, tschö, kuss, kuss. Ja, das finde ich gut, dass Sie jetzt uns helfen wollen. Danke dir. Zeig mal. Wie sieht es aus? Was haben wir denn? Herr Marike, irgendwas passt hier nicht. Darf ich Ihnen jetzt hier keine Details verraten. Ich sehe hier einen Betrugsvorgang, aber nicht einen einzigen Vorgang wegen Körperverletzung gegen Ihren Ex-Freund. Sie sagt noch, es gibt da ganz viele Vorgänge und sie hat schon hundertmal Anzeige gestattet. Ja, erzähl auch. Nee, gibt es hier nicht. Also, das würde ich dann jetzt hier sehen. Haben wir die richtige? Dann sehe ich aus, ne? Ist das Conny? Ja, sicher, das ist sie. Das ist sie? Ja, definitiv ist sie das. Ja, aber das, wie, was, was hat, was soll die dir gemacht haben? Hast du mal reingehuckt im Vorgang? Ja, sie ist uns bekannt. Also, sie hat sich wohl das Vertrauen der älteren Dame erschlichen und, äh, tja, dann hat sie sich wohl an ihrem Vermögen bereichert. Hat sie ausgenommen, sozusagen, ne? Ja, ich wusste doch, dass sie Dreck am Stecken hat. Alles gleich, danke dir. Also, ich hab mich kurz richtig schlecht gefühlt, weil ich die Conny verdächtigt hatte. Aber jetzt hat sich herausgestellt, dass ich wirklich, ja, mit meiner Vermutung richtig lag. Und, ja, so schön es auch ist, dass ich meinem Vater die Augen öffnen konnte. Aber es tut mir richtig weh, ihn so zu sehen, so niedergeschlagen. Er war so von der Conny angetan und ihn so traurig zu sehen, das macht mich fertig. Herr Maringer, hier ist ein Mitglied da verlinkt. Und, äh, sagt Ihnen der Name Marc-Ulig etwas? Hab ich noch nie gehört. Das ist der, der Mittäter der Frau, ich zeige Ihnen die Hauptsache. Der war der Mittäter bei dem alten Fall? Ja, bei dem Betrugsfall. Haben Sie den Mann schon mal gesehen? Das ist die Drecksau. Welche Drecksau? Das ist die Drecksau, den kann ich zu verdanken haben, so wie hier aussehen. Das ist der Mann, der Sie gestern zusammenbringt? Das ist der Ex-Freund. Das ist der, hundertprozentig, ja. Ja, nur wie gesagt, der ist quasi als Mitglieder hier. Aber, wie kann das denn sein, dass die, Sie scheinen aber im Moment immer noch unter einer Decke zu stecken irgendwie, oder? Oder was? Haben Sie denen mal irgendwas gesagt, dass Sie Vermögensung, dass Sie Geld haben, dass Sie irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, was ist denn los überhaupt hier? Was? Ich weiß ja, wie Sie bei der Wohnung raussehen. Wie sieht's denn da aus? Haben Sie ein bisschen was Geld klar, oder wie? Ja, auf jeden Fall den Schmuck meiner Mutter, meiner verstorbenen Mutter. Also, damit darf nichts passieren. Was ist gestern passieren nach dem Überfall? Ich habe Conny meinen Wohnungsschlüssel gegeben, damit sie sich nicht verstecken kann, im Notfall. Wenn das Missstück wiederkommt, vielleicht sich ihr was antun will. Da haben Sie der Conny ihren Wohnungsschlüssel gegeben, damit sie in ihre Wohnung rein kann? Sichtlich. Und jetzt sieht's ganz danach aus, als wenn hier auch unsere Opfer mit dem dicken blauen Auge auch eventuell hier ein Opfer von Betrug werden soll, ähm, weil die Tochter äußerte auch den Verdacht, dass sie sie eventuell auf den Schmuck abgesehen haben, der in der Wohnung des Opfers liegt. Äh, und da, ja, da ist für uns jetzt Eile geboten, dass wir hier noch retten, was zu retten ist. Dann müssen wir jetzt wirklich, äh, uns beeilen, dass wir hier nicht gleich vor, oder in der leer geräumten Runde stehen. Also, wir haben ja hier einen Wagen da, ne? Sie können uns gerne hinterher fahren, aber halten Sie sich da ein bisschen zurück, wir werden Sie noch einweisen. Ja. Ja? Wir nehmen die Schutzpolizei noch mit, Norbert? Ja. Die Ermittler vermuten, dass die Freundin gemeinsam mit ihrem Komplizen, dem angeblichen Ex-Freund, die Wertgegenstände aus der Wohnung des Opfers stehlen will. Die Frau hat am Telefon erfahren, dass der Geschädigte die Polizei hinzugezogen hat. Die Täter sind also gewarnt. Das macht die Situation noch gefährlicher. Machen wir den da? Guck das mal. Herr Ulich, Messer runter. Machen Sie das. Herr Ulich. Lassen Sie das. Herr Ulich. Lassen Sie das Messer fallen. Herr Ulich. Machen Sie keinen Blödsinn. Ich hab das nicht gewollt. Ich hab das nicht gewollt. Er hat mich jetzt zu wuppen. Lassen Sie die Waffe fallen. Peter, Peterlein, Peterlein, bitte bitte. Es gibt kein Peterlein mehr. Es hat sich aufgepetert. Peter, du wirst erkannt. Dein Spiel ist vorbei. Du gehst jetzt in den Bau, damit das klar ist. Scheiße. Lassen Sie die Waffe fallen. Hey, stehenbleiben. Stehenbleiben, sofort. Stefan, auf den Boden. Auf den Boden leg. Stehenbleiben. Auf den Boden fallen. Auf den Boden. Arm auf den Boden, sofort. Und die Arme da hinten. Hast du die Achsel? Frau Halm, das ist Schluss. Schluss jetzt. Müssen wir Handfesseln anlegen, oder geht das so? Geht das so? Können wir uns jetzt beruhigen? Nein, Mann. Steht nicht. Frau Halm, letzte Ansage. Ihr hält euch. Letzte Ansage. Allerletzte Ansage jetzt. So. Zusammen hatte das Gaunerpaar schon einige Male das Vertrauen älterer, einsamer Menschen erschlichen und diese dann nach und nach bestohlen. Auch in diesem Fall wäre ihr Plan aufgegangen, wäre die Tochter nicht misstrauisch geworden. Haben Sie was gesagt? Er wird gezwungen. Gezwungen? Wozu? Da sind Sie doch. Gezwungen? Ehrlich? Sind Sie sich sicher? Wozu hat er Sie gezwungen? Sei still. Nee, reden Sie mal ruhig. Also doch. Das macht sich gut. Wenn Sie mal Punkte sammeln wollen beim Staatsanwalt, dann sagen Sie jetzt was. Vergiss es. War es doch wieder gemeinschaftlich. Ja? Nicht gezwungen. So wie mit der alten Dame. Ja? Ja? So ein altes Spiel, was Sie hier treiben. Das kennen wir doch schon. Vertrauen in ihr schlicht, Beziehung vorgetäuscht. Und jetzt hier ist es auch nicht voll. Super. Wollen Sie noch was sagen? Ja, dann abführen. Ja, wir hatten, glaube ich, den richtigen Riecher mal wieder heute gehabt, denke ich mal. Wir hatten ja nicht viel Details wirklich vor Ort. Aber wir hatten das Gefühl, dass wir jetzt praktisch eilig handeln müssen. Sind hier schnell losgefahren und konnten dann das Schlimmste verhindern. Hatten die Täter auf frischer Tat ertappt. Und glücklicherweise auch, ja, war dann auch die Situation so, dass wir auch am Ende einen glücklichen Vater und eine glückliche Tochter hatten. Ich denke auch, der Vater kann wirklich stolz auf seine Tochter sein, die er genau das Richtige gemacht hat, zur richtigen Polizei, zur richtigen Zeit zur Polizei gegangen ist. Obwohl der Vater es ja erst gar nicht wollte. Und auch die Zusammenarbeit, ich denke mal, wir können stolz auf uns sein. Die Kette ist da, der Ehering und der andere Schmuck auch. Das ist toll. Ich glaube, Mama Schmuck ist, glaube ich, dass bei dir tausendmal das Haus gehoben. Und auch mein Ehren. Vielen Dank. Auf Ihre Tochter können Sie stolz sein, aber wirklich. Also ich muss sagen, ich bin wirklich stolz auf meinen Vater, dass er jetzt so Stärke gezeigt hat. Und ja, so ein toller Mann wie er, der findet auch eine neue Frau. Das war nochmal Rettung in letzter Sekunde, ne? Super. Alles Gute. Das Tätergespann muss sich wegen Diebstahl und Körperverletzung vor Gericht verantworten. Vater und Tochter halten auch in Zukunft fest zusammen. Wenig später lernt der Witwer erneut eine Frau kennen. Die zweite grosse Liebe seines Lebens.